Hey Leute und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wo soll ich anfangen? Es ist ja jetzt schon eine Weile her, dass ich etwas auf YouTube gepostet habe und dafür möchte ich mich wirklich ganz, ganz doll bei euch entschuldigen. Ich weiß nicht warum, aber ich gebe mir wirklich immer sehr, sehr viel Mühe mit meinen Videos und in letzter Zeit, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich irgendwie nicht wirklich so dieses Gefühl gehabt, diese Lust weiter YouTube zu machen und habe halt auch tatsächlich schon mit den Gedanken gespielt, mit YouTube aufzuhören, einfach weil ich dachte, das ist nicht mehr mein Weg. Allerdings würde ich gerne mit YouTube weitermachen und allen möglichen Kram, nur das Problem ist halt einfach, dass, ich weiß nicht, diese ganze, ich sag jetzt mal, you know, diese ganze Zeit, die jetzt einfach auf uns zukam, diese ganze Zeit mit, man darf das ja auf YouTube nicht sagen, mit der süßen Maus, das hat uns das natürlich alle irgendwie verhindert irgendwo und viele haben irgendwie ihren Job verloren oder können nicht arbeiten gehen und mir ging das irgendwie so, ich hatte halt dann in dieser Zeit einfach viel mit meinem Freund gemacht und hatte einfach keine Lust jetzt wirklich mit YouTube weiterzumachen. Also habe ich mich dann dazu entschlossen, dass ich erst meine Zeit sozusagen zurücknehmen wollte, Zeit für mich nehmen wollte, ein bisschen was weniger posten wollte, was ich ja auch erfolgreich getan habe, aber das Problem ist, als diese Zeit halt anfing, wir müssen ihr irgendwie einen Namen geben, ich sag jetzt mal Cornelia. Die süße Cornelia, die Maus hat ja, kam ja einfach auf der Welt jetzt 2020 und hat uns alle halt ein bisschen verändert und als Cornelia anfing zu kommen, sag ich jetzt mal, da habe ich dann auch euch auf Instagram gesagt, dass ich mehr posten möchte, weil ich ja jetzt mehr Zeit habe und allen möglichen Kram und das habe ich, dafür möchte ich mich wirklich bei euch entschuldigen. Und ich wollte euch jetzt nur nochmal Bescheid sagen, es werden wieder Videos kommen, es werden auch regelmäßiger Videos kommen, nur ich bitte euch jetzt, wartet noch diesen Monat ab, ab nächsten Monat wird es dann hoffentlich wieder wie gewohnt weiterlaufen, nur mir ging es halt auch einfach in der Zeit nicht so gut und ich habe auch ein bisschen Zeit für mich gebraucht und mit meinem Freund, einfach mit meiner Familie möchte ich euch einfach sagen, stay safe, stay at home, bleibt wirklich zu Hause, schützt euch, tut Händewaschen, tut mit einem Mundschutz rumlaufen, das ist zwar blöd, aber die Zeit wird zu Ende gehen und das ist gerade eine schwierige Zeit einfach und ich wollte euch sagen, wie gesagt, bald kommen wieder regelmäßige Videos und bald kommt das alles wieder und dann bin ich auch froh, wieder da zu sein, aber nur damit ihr jetzt Bescheid wisst, weil irgendwie fühle ich mich halt auch verantwortlich, jetzt hier zu euch zu sprechen und ja, das war's mit dem Video, freut euch auf jeden Fall auf nächsten Monat, da kommen dann wieder regelmäßige Videos, beziehungsweise ein Video mindestens pro Woche und ja, das war's mit meinem kleines Infovideo und ich würde sagen, xoxo, be safe!